Oh, ich mich halt hier jetzt, so ein Dank. Bei mir höre ich gerade Wasser. Wasser oder Lava? Wasser. Oh, Eisen. Sehr schön, das brauchen wir auch. Und ich habe noch Letzter. Haben will. Ja. Zwei Stück. Noch ein Dier. Sehr schön. Wieder zwei Stück. Obwohl wir brauchen ja nur zwei Diers. Ja, klar. Wir brauchen ja nur ein Dierschwert hauptsächlich. Dann später halt, ja, ja, aber erstmal Dierschwert würde ich sagen. Gold wäre ganz gut. Ein Apfel. Obwohl eine Dierschmutzhacke könnten wir auch gebraucht haben. Dann können wir uns vielleicht einen Vertauberungstisch machen. Ah, nein, dafür fehlt uns das Buch. Eines Bücher. Ah, das ist blöd. Letztes Darm. Einer ist schon tot. Ja, hier ist ein Kompass. Bei mir auch. Zwei sind tot. Bei mir blödert es hier gerade extrem. Ich habe Eisen. Er ist ein Tord. Notlandung und, ähm, auch irgendwas. Also ich hatte nämlich gerade einen Kompass direkt vor mir. Also irgendeiner hat der gerade zugegeben. Ja, ja, bei mir auch. generiert leben. Eigentlich sollte man das nicht tun. Ich hab ja schon 4,5 wieder. Aber nach sehr langer Zeit. Hast du denn volles Essen? Ne. Wie kannst du denn überhaupt die generieren? Ich hab ja schon 2 Goldblöcke wieder im Inventar. Wir sollten mal gucken, ob wir irgendwie einen Apfel kriegen. Wie die Toten jetzt schon nachher ein Remake verlangen. Wie weit baue ich denn hier eigentlich? Das Ende ist schon nicht mehr. Ich find das grad interessant, die schreiben sich grad private Messages. Und ich kann das sehen, weil ich ja die Konsole, weil ich ja der Server-Hoster bin. Ich hab hinter mir die Konsole offen. Und was schreiben sie? Äh, Hi, Nico, hast du schon dir erschwert? Das hat er verlassen. Wir haben jetzt 6 Diaschwerter machen. Äh, ich hab selbst noch 2. Also, ich kann... Obwohl, ne. Ich hab's ja in der Kiste gelassen. Ähm, ja, für beiden mindestens ein Diaschwert, würd' ich sagen. Kommst du hier? Mhm. Oh, jetzt hast du auch was aufgehoben. immer mal. Oh, 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 oh! Äh, du hast deinen Gang nicht ausgeleuchtet, Alter. Hast du ne Karotte gefunden? Ja. Die können wir anpflanzen oben. Ich weiß nicht, ob die Licht brauchen, aber die pflanzen wir auf jeden Fall irgendwo an. Und in Gehirn. Ich esse nochmal schlank Gehirn. Ich bin grad Eisen am Einschmerzen da. Und leuchte grad mal deinen Gang aus. Ja, das vergesse ich nämlich immer. Leuchte ihn selber aus. Kein Bock da hinten hin zu gehen. Ich hab doch mal so'n kleines Vieh angerannt, ey. Ne, da will ich sowieso nicht mal wetten. Das heißt, ich baue jetzt hier zu. Alter! So, du machst nur noch drin. Wir brauchen ihn jetzt. Guck mal um, was für Oma abgeht. Ja, bau mal irgendwo die Karotte an. Da bräuchte ich ja noch. Freue ich ihn dir. Guck mal um, was für Oma abgeht. Das kann mich nicht wiederholen. Das kann mich nicht wiederholen. Holz bräuchten wir auch wieder. Der was? Holz. Oh, Holz. ... ... ... ... Oh Gott, das sieht bei mir langsam nicht mehr gut aus mit einem Hunger. Wenn es weiter geht, sterbe ich hier auch noch. Oh Gott, das sieht aus. Anders werden mir gleich Zombies auf den Kopf fallen. Ja, hört sich bei mir aber aus so an die ganze Zeit. Gefällt mir persönlich auch ehrlich gesagt nicht so gut. Die Geräusche die hier abgeben. Boah, einen Hunger nur, Alter. Ich brauch's messen. Da hab ich wieder drei im Leben. Oh. Okay. Noch ein halbes. Oh Scheiße. Norman? Ne, ich bin im Untergrund. Ich kann dir nicht wirklich helfen. Ne, ne, ne. Ich sterben sollte. Ich geb dir schon mal meine Sachen nämlich halt. Dann legst du einfach in die Truhe. Ja, ja. Muss aber erstmal runterlaufen. Ja. Wo sind denn die Viecher? Wo sind denn die Viecher? Ja. Bist du wieder unten? Warte. Ja. Ja. Nein. Ich krieg damit schon... Boah. Ich wollt grad sagen, bitte helf, was passiert. Beinhalb. Ich hab nur gehört, ob du Schaden gerichtet hast. Ey, ist die Karotte jetzt schon fertig? Wird's geil. Hätt ich die Karotte nicht einfach so essen können? Ja, doch schon. Aber dann kriegen wir ja nicht mehr daraus. Und du siehst ja halt weg. Ja. Ich mein, ich hab jetzt selbst nur noch drei... ...Hunger. Hm. Ich hab jetzt zweieinhalb. Mit Hunger. Ne, auch noch Hunger. Zweieinhalb. Ich glaub. Bin das aufgerechnet. Ja, ich hab irgendwie das Gefühl, wir werden eh endlich verhungern. In diesem Projekt. Ja, glaub ich auch. Boah, ich weiß nicht, ich will mal gern wissen, was die anderen so machen. Wie sie überhaupt noch sind. Alle sind tot, nur noch wir beiden leben. Jetzt echt? Achso, wir haben Leben bekommen, weil wir ähm... Weil die gestorben sind. Wollen wir jetzt fair machen? Hast du Eisen? Wir haben noch drei... ...hier in der Truhe. Und zwar dir. Wenn du jetzt nicht gesagt, wollen wir's fair machen. Du machst auf drei Leben. Äh, runter. Und wir sind beide gleich Rüstung an. Die Erschwörter haben wir auch. Und dann gucken wir, ja, die besseren Skills haben wir halten. Ja, das ist, glaub ich, ein Schlag dann. Ja, egal. Wie viel Schaden macht? Sieben Schaden macht. Das. Warte. Warte, darf ich kurz vorbei? Ja, ich will mir grad nur Schaden machen. Warte, ich will mir nochmal die ja schwer holen. Wie viel Leben hast du noch? Ich hab drei insgesamt. Okay, warte. Moment. So. Das sieht nur ein halbes Herz ab, diese Höhe. Das sieht ein ganzes ab. Drei hast du gesagt, ne? Wolfi? Wolfi hat anscheinend grad ein Disco. Jetzt erwarte ich mal, bevor ich mich weiter umbringe. Ja, das dachte ich mir. Dann hoffen wir mal, dass er wieder reinkommen kann. Ja, ich hab grad angestupst, wenn man's vielleicht grad gehört hat. So. Was? Du hast ein Disco gehabt. Echt? Mhm. So, ich bin ja wieder da. Jo, Moment. So, ich bin jetzt bei drei Herzen, genau. Was hast du als Rüstung an? Äh, Schuhe. Schuhe. Okay. Wollen wir hier oben ein bisschen fighten? Weil hier ist ein bisschen eng. Ich hab nur noch einen Hunger. Danach verhungere ich. Das wär'n wirklich vom Skelett erschossen. Nur noch einen. Okay, komm, komm, komm. Hier, hier, würd' ich sagen. Okay. Dann. Okay, oder so. Nein! Ja, ich hab' dominiert mit dem Blumen. Sieg! 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 Jey! Ahh, ich verhunger! Ich will jetzt elendig verhungern! Es macht keinen.... Da ist ein Kompass! Warte, hier, dann die erschwert! Das war eigentlich mal ganz gut. Aber, oh, 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 ich seh's grad. Ha, 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 ha. Aua. Wiederbeleben. Damit bin ich jetzt auch Spectator. Kein Messung zugucken. War doch relativ sehr nice gewesen. Okay, Leute, ich danke euch fürs Zusehen dieses wirklich kleinen Projektes. Wo wir jetzt einfach nur noch Zeit überbrücken wollten. Man sieht sich, Leute. Ciao. Ciao.